Willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem kleinen Realtalk-Video. Morgen wird es wieder wie gewohnt die Formel 1 News geben. In diesem Video möchte ich euch erklären, was ich für die Zukunft geplant habe. Es wäre super, wenn ihr euch das Video vollständig angucken würdet, um eventuelle Fragen in Zukunft zu vermeiden und schreibt mir zu jedem Abschnitt eure Meinung in die Kommentare. Die News und das FAQ werde ich natürlich behalten. Das Ganze habe ich in vier Abschnitte unterteilt. Kommen wir zum ersten Abschnitt. Danke an 1000 Abonnenten. Im Hintergrund seht ihr die Meilensteine meines YouTube-Kanals. Daher geht auch nochmal ein besonderer Gruß an alle aktiven Supporter heraus, die mir zu diesen 1000 Abos geholfen haben. Ich habe das ja schon auf Twitter und auf Facebook gepostet und daher dachte ich mir, machen wir es auch noch auf YouTube. Kommen wir zum zweiten Abschnitt. Neue Formate. Da ich ab 400 Abonnenten das monatliche Samstags-FAQ eingeführt habe, möchte ich euch nun drei weitere Formate vorstellen. Da morgen in fünf Wochen Formel 1 2018 auf den Markt kommt, möchte ich euch zu jeder Strecke, egal ob trocken oder nass, ein Zeitfahren-Setup für euch hochladen, wo ich euch zeige, wie ihr welche Kurven nehmt, in welchem Gang, wo ihr auf der Strecke aufpassen müsst und so weiter und so fort. Beginnen werde ich chronologisch mit Australien bis Abu Dhabi. Zusätzlich zu dem Zeitfahren lade ich Formel 1 2018 Highlights hoch, wenn im Online-Modus oder bei uns in der Formel 1 Chaoten Liga etwas Lustiges oder Schräges passiert. Dazu brauche ich allerdings noch einen Namen. Schreibt ihn mir mal in die Kommentare. Als letztes im Abschnitt Formate werde ich Formel 1 Wissen hochladen, wo ich euch zum Beispiel die Funktion des DRS erkläre oder warum Liberty Media der neue Rechteinhaber der Formel 1 ist und so weiter und so fort. Bedanken könnt ihr euch mit dem Hashtag Danke Marcel, der mich auf diese Idee gebracht hat. Auch hier möchte ich von euch einen Namen in den Kommentaren. Kommen wir zum dritten Abschnitt, neuer Kanalname. Da ich die neuen Formate dann auf meinem Kanal einbaue, werde ich meinen Kanalnamen minimal in Mikes Formel 1 Channel ändern und das aus gutem Grund. Er passt besser zu dem Content, der sich dann auf meinem Kanal befindet. Kommen wir zum letzten Abschnitt, Livestreams. Ja, ich habe einige Kommentare gesehen, wo gefragt wurde, wann ich mal wieder Livestream werde. Kurze Erklärung. Aufgrund eines Jobwechsels musste ich auch umziehen. Vorher hatte ich eine 50K-Leitung mit einem 10K Upload, wo man prima streamen konnte. Jetzt allerdings habe ich nur eine 16K-Leitung mit einem 1,2K Upload, welcher für einen Livestream nicht ausreicht. Aber liebe Leute, es gibt Hoffnung. Vor kurzem habe ich mich mit der Telekom unterhalten, wann ich schnelleres Internet bekommen werde. Gute Nachrichten. Sie bauen zurzeit aus, Mitte Oktober soll das Ganze abgeschlossen sein und für uns in diesem Ort verfügbar sein. Ob es eine 50K-Leitung oder sogar eine 100K-Leitung wird, kann ich nicht sagen. Ich habe da mal eine Frage an euch. Soll ich dann auf YouTube weiter streamen? Auf Twitch streamen? Oder ist euch das egal? Stimmt mal oben rechts in der Infokarte ab. So, liebe Leute, jetzt wisst ihr Bescheid. Ich freue mich über eure Meinungen zu jedem Abschnitt und bedanke mich fürs Zuhören. Das war's mit dem Video. Hat's euch gefallen? Dann zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Bis morgen zu einem neuen News-Video. Ciao.